Grundsätzlich haben wir schon die Qualität und so habe ich schon während meiner aktiven Zeit viele Bausteine von einem Trainer übernommen, auch wenn ich ursprünglich kein Trainer werden wollte. Der Weg nach oben ging, so richtig Entwicklung ist glaube ich eine Stabilisation von seiner Leistung wieder. Ein Einfluss auf die taktische Herangehensweise hat immer der Gegner. So ist es ja nicht, ihr müsst auch Geld verdienen, ich bin euch jetzt nicht böse, dass mal was Negatives irgendwo stand. Der Videoanalyst, der kann sich dann eigentlich trennen von seiner Freundin und die Wohnung kündigen, der kann hier schlafen und ich muss schon ab und zu heim, aber werde auch viel hier übernachten müssen. Also 32 Spiele bis zur Winterpause ist natürlich schon ein Brett. Bewusst war es mir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, wenn man hoffen beim Trainer ist, dass das der Fall ist. Normalfall macht er das Zeichen und dann weißt du, jetzt musst du dir eine Treppe suchen, ist unabhängig davon, was, wie passiert. Wenn Frankfurt jetzt 18-0 gewinnt und wir müssen in die Euroleague-Quali, würden wir trotzdem erst den Siebten starten, falls das die Nachfrage ist. Sollte mal Platz 3 reichen, setz mir vielleicht eine kleine Krone auf zu Hause im Wohnzimmer und freue mich. Chapeau, Chapeau, Chapeau für deine Arbeit würde ich sagen. Gibt es ein Lied, das geht ein bisschen anders, aber ich habe es kurz umgedichtet. Also für deine Arbeit war jetzt auf den Nico bezogen. Nicht, dass sie jetzt morgen eher nah ist, man lobt die Bild-Zeitung. Ja. Ich sage jetzt auch nicht schlechtes, aber... Vielleicht aber noch die Nachfrage, von wem das Lied ist, bevor du nachher wieder anrufst. Von wem ist das Lied? Benji, du weißt es doch. Das hörst du doch immer. Ja, das ist diese Generation, die nur noch so streaming ist und keine Platte mehr kaufen. Chapeau. Das heißt Chapeau, das kann man bei Google eintippen. Jawohl. Ja, bei einer Suchmaschine. Das ist aber eher um den Scouts hier, dass wir nicht wie Wolfsburg einfach so ein Gebüsch ziehen müssen. Das letzte Spiel in Stuttgart war ja nicht so erfolgreich für die TSG. Spielt so ein Ergebnis auch noch jetzt eine Rolle? Warum lachen Sie da? Ist doch nicht lustig. Das war ziemlich hart. Spielt sowas überhaupt noch? Weil ich auch gerne Musik habe ich ein bisschen Musik angemacht im Stadion. Rock, Rap, Soul und R'n'B. Durch Heavy Metal war ich dabei. 80er, 90er war das Beste von heute. Ja, geht immer von Fixterminen aus, innerhalb eines Jahres, also von Spielen, dann von Länderspielhausen und so weiter und so fort. Dann haben wir, was ich schon oft gesagt habe, diesen bekannten Womenschwerpunkt, den ich dann auf die Fixtermine und auch die Gegner auslegte, die sich dann immer wiederholen und versuche, auf diese körperliche Periodisierung, eine taktische Periodisierung zu legen. Also in körperlichen Hochbelastungsphasen für den Körper sind taktische Inhalte eher sehr gering und wir machen eher wenig theoretischen Inhalte oder zumindest einfach zu verstehen, in der theoretischen Inhalte mit Phasen von körperlicher Ruhe oder Regeneration oder nicht so hoher Belastung ist dafür die taktische Training deutlich mehr. Und so versuche ich mal eine Periodisierung für den Kopf hinzukriegen, immer auswählen von Fixterminen, die es immer noch gibt, die Termine, die man dann im Kalender einträgt und ja, den Schwerpunkt, die wir immer trainieren, runtergeboren auf markante Gegner. Ich weiß natürlich nicht immer vorher, welche Gegner spielen, aber es gibt ein paar markante wie RB, wie Bayern, die immer gleich und eher sehr ähnlich spielen von der Philosophie und da versuche ich auch die Womenschwerpunkt schon dementsprechend auf diesen Schwerpunkt des Gegners anzupassen und alle anderen umdruckzulegen, so dass mit den Fixen in den Pastoren in der Länderspielhausen ohne Punkt und Komma habe ich auch in der Schule immer geschimpft gekriegt, dass ich nie die Satzzeichen mache, weil ich so lange schreibe. Aber ja, vielleicht verstehen sie es ja ein bisschen. Mit 12 Metern und dann Feldspieler im Tor, ein sehr lauter Schrei vom Co-Trainer Nagelsmann, verbundener Teenie-Tours beim Assistenten. Ich glaube, man kann jetzt nicht fix als Hoffmann im Plan, dass wir mit zwei Toren Unterschied gewinnen gegen Dortmund. Eigentlich bin ich ganz locker, ich hoffe, ich komme auch so rüber. Keine Schauspielerei, so bin ich echt. Zwinker, zwinker, smiley. Als ich den Gegner angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass es sehr schwer ist, gegen die zu spielen. Unser Trainerteam hat eine Bike-Gruppe gegründet, die Bike Harrys. Ja, Bike Harrys ohne Haar, aber das ist quasi eine Mischung aus Bike und Harry, deswegen Bike Harrys. Stark, ja? Wir haben nur noch kein Emblem, aber vielleicht habt ihr eine kreative Idee. Ich mache es nicht, sonst klaue ich mir da sowas auszusehen. Deswegen müsst ihr etwas überlegen. Als Geschenk für die Saison macht es dem Bike Harrys mal ein Logo.